Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge zu The Last of Astro Remastered, wir fahren jetzt erstmal gleich mal fort beim Kapitel 20 Jahre später und dann schauen wir mal. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Achtung! Alle Einwohner müssen schlägen in der Landzeit. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Auf den Boden! Okay, okay, scheiße! Ich hab nichts Falsches gemacht! Ende, unverdammt nochmal. Macht das! Gern nicht. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und so mehr, die sich wegschleichen. Nein! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Da müssen wir jetzt nicht überlegen, schon, oder? Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool! Okay, weiter, fam! Was wollt ihr hier? Ich hab heute frei. Besuche einen Freund. Genau so. Viel weiter. Danke. Los, hier, los! So viel zum einfachen Weg. Verarzt du dich, okay? Okay? Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außenrum gehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Herr Tess, hast du's mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Äh, Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich hab keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Joe, hilf mir mal damit. Seid vorsichtig da draußen. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. So, unser Zeug. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut ziehen. Okay, Cowboy. Hält mir hoch. Ja. Bereit? Ja, Mann. Na los. Perfekt, oder? Perfekt. Geh weiter. Vorsichtig. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Du hast deine Vorzüge. Wo ist die Leiter? Sie muss ja hier irgendwo sein. Dann schauen wir doch mal nach der Leiter. Leider ist sie nicht hier. Doch, da ist sie. Hey, probier's doch mal da drüben. Ladies first. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Das ist relativ. Hier lang. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen. Hoffe ich's. Wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Warte. Spuren. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war's hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Hier sollten wir durchpassen. Alles okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Hier lang. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, pass auf. Hilf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Gehen wir. Musste gemacht werden. Es ist nicht mehr. Er hat sich vorgetragen. Hey, Meri. Okay, das waren alle. Gibt es vielleicht noch ein Medikid? Okay. 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 Das ist nicht wahrscheinlich da unten. Gibt es hier noch irgendwie ein Medikid oder so? Das ist ganz schön schwer. Okay. Okay. Schwing deinen Arsch hoch. Dann los. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Okay. 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 Ja. Ja. Anfassen heißt kaufen. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Schlag doch zu! Mach ihn alle! Scheiße! Mach ihn alle, Mann! Wer sich verdammt noch mal! Na los! Ihr gehört zusammen. Mach ihn alle! Mach schon! Mann! Hau ihn mal rein! Na los! Steh auf! Steh auf! Wer ist das? Alter Bekannter. Frag mich. Da. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Was geht's? Was? Lasst uns durch. Reht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt noch mal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück! Ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß. In Deckung! Bereit? Ja. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Dafür bist du bezahlt. Gut. Mein Aim ist so schlecht. Mein Aim ist so schlecht. Woher hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Mist. Hier geht's nicht durch. Okay, gut. Gut. Gib mir die Hand. Bitte. Okay. Hier drüben Joel. Mehr von Roberts Leuten. Hier werde ich jetzt aber erstmal ne kleine Pause machen. Warteschön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mir ein Like geben. Ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und man zieht sich im nächsten Video von The Last of Us. Oder einer anderen Folge. Ciao. Ciao.